habe ich nicht Hallo Hallo Wie geht es mir hin? Ein bisschen Geduld Track die Quest Light my fire Get flares from the wrecks on the coast Ok Wohin? Folgen sie dem Taxi Ok Laut der Karte Oh Das sieht aus Wir müssen auf jeden Fall zum Lighthouse zum Lighthouse Tower zum Light Tower Hätten wir Aber wir wollten deine Fahrkünste erleben Fahrkünste Der Seitenspiegel ist an einem anderen Auto hängen geblieben und dann hat es die ganze Karte gestoppt Weil der Seitenspiegel kann das Der Seitenspiegel den sie suchen ist zurzeit leider nicht verfügbar BLA 404 Der Seitenspiegel nicht gefunden Ah Ah Das hat mir sogar auswendig gemerkt wo der Bus im Weg steht Wow Ja Ich bin so ein bisschen stolz schon Muss ich ja sagen Ich bin auch stolz auf mich dass ich nicht Oh Gott The fuck Du hast zu langsam Ich habe etwas Angst Raus hier So What the hell So So wir müssen 100 Where the hell did I put that What müssen wir? Put that Put dat Put dat Put dat Put dat Nein. Dammit. Computer sagt nein. Wer hat wen angefasst? Du hast ihn angefasst. Ich? Wer fackt? Was? Lass das. Tss. Äh, wir müssen nicht da rein, wir müssen woanders hin. Ja, ich muss dem Typen hier noch meine Lebensmittelkonserve geben. Der hat Hunger. Lifesaver. Ihr braucht Food. Ja, ich hab schon. So. Ja, ich hatte nicht so viel. So. Okay. Ich bin bereit. Konsumierst du Drogen? Nein. Das ist gut. So. Das, äh, Klepp. Nein. Hm? Was? Klepp. Mit nicht Klepp. Nein. Haben wir irgendwie so, gab's da, gibt's da diese Minecraft Sachen wie zum Beispiel verlassenen Insel und so. Achso. Da wollten sie so help in den Sand schreiben, haben sie wohl, äh, da ja gemerkt, oh. Ups. Okay. 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 Klepp. 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 Wo sind wir eigentlich? Mitten im Busch. Ich glaube nie, ich komm hier nicht lang. Ich häng im Busch fest. Invisible Barriers auf einer Insel. Invisible Barriers. Ich glaube, du spinnst. Mh, ha, 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 nein. Warum geht's hier nicht lang? I believe a spider, oder was? Äh. Genau. Oh, I think my pig is whistling. Ah. Das erinnert mich an dieses komische, kennst du dieses Märchen, wo so ein Ofen im Wald steht? Was? What? Ja, es steht da vor, ohne Sinn, so ein Ofen im Wald. Ich hab da noch nie drüber nachgedacht, warum überhaupt ein Ofen im Wald stehen sollte. Okay. Das ist so ein Ofen im Wald und irgendwie so ein Prinz ist im Ofen und dann soll die Prinzessin in den Wald gehen und den dann so rausholen. What the? Okay. Okay, wir sind jetzt einmal quasi rum, aber okay, ich glaube, ich weiß es, wo wir lang müssen. Das ist gut. Hauptsache, jetzt sind wir wieder hier. Ungünstig. Hast ja wieder gut hingekriegt. Gern geschehen. Jedenfalls hat die keinen Bock, in den Wald zu gehen und dann schickt die dauernd irgendwelche anderen, so die Tochter vom Müller oder so und dann ist sie so am Kratzen und am Kratzen und der Ofen geht nicht auf. Guck mal, der ist so eine Haut und Knochen. Ja, ja. Und dann sagt die, oh, am Morgen sagt sie so, oh, ich hör die Mühle von meinem Vater mühlen. Und dann der so, ja, dann bist du wohl nicht die Prinzessin. Nö. Ja, dann kannst du ihr lange kratzen. Oh Mann. Und die Moral von der Geschichte war dann. Dann kommt halt eine, die sagt dann irgendwie am nächsten Morgen, ich glaube, ich höre meines Vaters Schweine grunzen. Da muss ich gerade dran denken. Ach so. Ich glaube, ich höre meines Vaters Schweine pfeifen. Wo müssen wir lang? Ich glaube nicht, dass er den Weg kennt. Warum vertrauen wir ihm immer? Ich habe nicht gesagt, ich kenne den Weg. Ich habe nur gesagt, folg mir. Ich habe nicht gesagt, ich weiß, wo es lang geht. Das wäre doch nur halb so witzig, wenn ich wissen, wo es lang geht. Ich meine, hallo, hallo. Und ihr kennt die Geschichte mit dem Ofen im Wald nicht. Nein. Sag also. Solche Geschichte kenne ich nicht. Das ist ein Märchen, das muss man doch kennen. Ich kenne was nicht. Ne, also das kenne ich nicht. Lebst du noch? Ne. Ist auch gut durchgebacken. Guck mal, hier mitten in dem ausgebrannten Helikopter, Resten legen intakte Bücher. Ja. Ja. Das ist Turbopapier, Junge, das kann das. Ja. Wo müssen wir jetzt hin? Echt mal. Wir nähern uns. Ah ja. Glaube ich. Wir nähern uns unserem Ende. Das Ente naht. Ich, wo, wo läuft... Oh, Gott. Das Ente-Element, oder was? Mhm. Ente, 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 Ente. Ente, 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 Ente. Autsch. Oh, jetzt ein Bunker. Verkackter Fall Damage. Waren wir hier schon? Ist der Bunker, wo man durch den Dings geht, oder was, durch den Tunnel? Hätten wir da nicht einfach wohin bleiben können? Achso, ne, der ist anders, okay. Aber der gehört nicht zur Quest, aber wir können ja trotzdem mal reingehen. Mal gucken, wer so da ist, ja? Ja, geh mal rein. Hallo? Wer da? Was? Wie? Jemand zu Hause? Oh, eine Werbung. Sieht ruhig aus. Mal schauen, wie lange noch. Lockbench. Ah. Da liegen Tote. Da waren wir, ach, das war A. Ah! Geld. Mist. Ähm. Hast du noch ne Waffe? Warte, ich kann, ich hab selber auch, aber. Ich glaube, äh, das Problem hat sich gerade von Sarah erledigt. Echt? Jod? Ja. Was tut dir da? Keine Ahnung, aber er, äh, ist es. Er ist einfach explodiert. Er hat einen Abgang gemacht. Übelst einen Abgang. Vielleicht hatte er Blähungen. Und alles andere ist ihm auch geplatzt. Ja, nicht nur der Kragen. Nicht nur der, nee. So. Das noch, ja. Also ist das der Bunker, der mit dem anderen verbunden ist. Ja. Oder auch ein Bunker, der mit einem anderen. So scheint es. Gut. Jetzt wieder raus. Ob ich mir ganz oben am Ende der Map sind. Noch? So. Schkomm, schkomm, so. Können wir jetzt mal richtig gehen, ausnahmsweise? Ja. Ha. Pff. Ich finde dein, dein Mangel an Vertrauen in meine Navigationsfähigkeiten, äh, sehr verletzend. Ja. Zurecht. Guck mal, ich bin auf dem Bunker drauf. Was? Oh, hier ist nix. Oh, toll. Ich bin auf dem Bunker und hier ist nix. Nix zum Looten, na toll. Völlig umsonst da hochgegangen. Ja. Oh, ein Ping. Ich kann gar nicht so schnell meine Waffe ziehen, wie du die immer kaputt machst. Gern geschehen. Wieso hast du denn deine Waffe weggesteckt? Ne, nicht wegg... Also, so umstecken halt, so, ne? Guck mal. Und ich umsteck. Das ist schön. Ah, hübsch hier. Ach, Gottchen, Versammlung. Ein Infizierter und noch ein Infizierter und ganz viele. Schaut alleine, ne? Ganz viele Infizierte. Stirb. Achso, du bist gar kein Zombie. Noch nicht. Critical God, ach. Entreten. Critical Zombie. Guck mal, man könnte eine Band so nennen. Oh, ein Schläger. Hallo, du. Guck du. Der hat nur noch einen Arm. Ja, besser. Nein, ich sage es nicht. Ich sage es nicht. Ja, den kennen wir auch, glaube ich. Würde ich jetzt spontan. Ja, das will ich doch schwer hoffen. Dass ihr zumindest ein bisschen was gelernt habt. Naja, gelernt. Hallo. Äh, ich will da hoch. Ich habe mein Boot wiedergefunden. Ich bin der König der Welt. Hey, was macht die denn? Was habe ich denn da jetzt gemacht? Wieso habe ich die mit dem meinem... Wieso habe ich die mit dem... Ich kann mich gerade nicht hören, weil der Wasserfall hier so laut ist. Ich habe die mit dem Griff meines Messers gehauen und nicht mit meiner Klinge. Kann mir einer die Logik erklären? Ah-ah. Gut. Keine Ahnung. Wir müssen hier Flares sammeln, kann das sein? Ja. Ja. Wieso? Weil dunkel? Luten. Ach, das ist schon gelootet. Ach, Mann. Komm ich wieder zu spät hier. Nur die guten. Luten beim Luten. Ach, ach, ach. Gern geschehen. Komm schon, der war gut. Hier Crates rumding. Totally awesome. Oh, oh. What? Was hast du vor? Oh. Oh, willst du das ausprobieren? Ich weiß nicht, wie weit das geht. Oh nein, meine Waffe ist leer. Ahaha. Yay. Hat funktioniert. You did it. Ohne mich selbst umzubringen. He died it. Ich bin ganz stolz auf mich. Dann ist noch was zum Aufpicken. Irgendwie... Ach, ich muss hier... Oh Gott, da kommen... Oh, da haben zwei. Na ihr zwei? Seid ihr Zwillinge oder so? Return to Traverse. War das jetzt eine Killcam? Gab es eine Killcam? Eine Killikillicam? Eine Killikillicam. Das wurde plötzlich zu langsam, deswegen... Das ist, wenn du einen besonders beeindruckenden Schlag gelandet hast. Ach so. Ja, das war offensichtlich sehr beeindruckend. Nach dem Motto, ergötze dich an deine Awesomeness. Ich habe schon gedacht, mein Computer stört jetzt gleich ab oder so, weil das so langsam ging. Das ist so ungewohnt. Habe ich eben gedacht. Auch das wäre möglich. In der einen Folge war bei mir plötzlich alles stehen geblieben. Wer? Mitten beim Autofahren auch noch. Ja. Das habe ich gemerkt, dass dann plötzlich... Irgendwie war dann... We're leaving the playable area. What? Ist hier Ende? I. I. Oh. Ich habe auch nicht mehr viel. Ich habe das. Keine Sorge. Ach so, gut, dann... Bei mir hast du dem das erste Messer von die Füße geschmissen. So, kriegst du eine... What a way to go. Fehlen noch Flares oder was? Sind die hier oder da? Und in der Höhle oder... Ich habe die schon alle... Wir müssen jetzt wieder zu Travore zurück. Okay. Travore. Travore. Waren wir hier oben schon mal? Irgendwas ist da. Wird es jetzt? Aber die Strecke ist mir hier noch nicht durchgegangen. Wieso habe ich denn vier P... Ach, das ist ein Stockmesser, keine Pistole. Das würde so... Gut. Das ist aber gut. Guter Treffer. Und ich knete. Okay. Wir müssen wieder da hoch Richtung... Dings. Vielleicht gibt es hier ein Auto. Such mal eins. Auto. Na komm. Auto. Auto. Was haben wir denn da? Auto oder was? Hier sind doch bestimmt irgendwann Autos. Ein... Ein Autos. Ein oder zwei Autos. Autos, ne? Autos. Also hier sind Autos. Die sind besonders hübsch. Also wie war es mit dem hier? Oder dem hier? Sehr rustikal angehaucht. Doch, ne? Also alter Yachthafen. Rustikal. Ich glaube hier gibt... Nicht witzig. Ich denke, so was suchst du. Echt? Ja, das sieht nicht danach aus, wa? Also irgendwie sieht das zwar hier sehr nach... Es könnten hier Autos sein aus, aber irgendwie sind hier keine Autos. Fuck. Aber Energydrinks. Yummy. Yummy. So. Let's take a look. Was da drin? So, je noch je plündert. Loot. Das Loot tut gut. I'll walk a lonely road. Echt? Mhm. The only one with zombies I've ever known. Das letzte nicht kaputte Auto. Das ist da oben auf dem Schild. Ja, lass mal hochklettern. Oh, damn it. Hm. Kann ich es vielleicht da runterwerfen? Kann ich meinen Hammer da hinwerfen? Hammer time, oder was? Mh, Achtung, da kommt jemand. Ja. Eine Joggerin. Hitter? Esel? Nee. Was? Block mich halt. Kein Problem. Was? A no holiday resort. Ressort. Ja, mach noch einen längeren Text da oben hin. What? Roman da in den Berg steigen. What the? Wait. Was ist denn hier bitte? Was ist denn hier? Eine Lagerhalle. Waren wir hier schon? Weiß ich nicht. Nein, waren wir noch nicht. Willst du mir da hin? Noch nicht. Aber wir können gucken, ob es Loot gibt. Was ich höre. Sonder. Zumindest die Quest gibt es dann nicht mehr in dieser Episode. Level up. Oh Gott. Hallo, tschüss. Ich glaube, ich habe ihm was geworfen. Was hast du schon mal gelohnt? Oh nein. Obwohl, warte mal. Einen Hammer brauche ich nicht. Ein Hackmesser. Das ist Hackmesser. Ja. Ja. Ein Hack. Oh, ein Tauchermesser. Oh Gott. So. Wer möchte hier das Achievement mit der Tür machen? Ich werde mich daran versuchen. Noch einen groben und äh... Hast du geschafft. Sekunde. Dammit. Ah. Oh. Hallo. Partycrasher. War das das Achievement? Partycrasher? Weiß nicht. Ich auch nicht. Hast du es mit einem Mal geschafft? Nein. Ich kann nicht. Es gibt auch noch einen Achievement, um so viele Türen einzutreten. Das könnte ein Partycrasher gewesen sein. Okay. Oh, da hinten ist so ein Explodiervieh. Oh, Scheibenkleister. Achtung. So. Eins. Rumsi bumsi. Zwei. Gott. Ich lasse mal meine Sachen hier fallen. Batterie. Batterie. Oh. Ist das gut aus? Oh. Hier sind noch mehr. Ein rappelndes Buch. Oh mein Gott. Ja. Es rappelt in der Kiste. Oh. Ine mene. Es rappelt in der Kiste. Ine mene miste heißt das. Hm. War zu faul für den ganzen. Achso. Na dann. Dead Island. A true story. Okay. Ich hoffe nicht. Aber schon interessanter Buchtitel, muss ich sagen. Ja. 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 Gut. Das haben wir auch geplündert. Jumma ine an Lököschem. Um es anders auszudrücken, wir sind mit der Episode zu Ende. Oh nein. Was? Oh doch. Ach, Mendo. Auf den Weg zum Ereignis schaffen wir noch. Na gut. Hier gibt es bestimmt ein Auto. Von der toten Insel kommen wir. Diese Zombies sind genauso blöd wie ihr. Oh, ey. Ich bin doch nicht so plötzlich eingelaufen. Ich bin schüchtern. Hier. Autsch. Au. Ach, du musst auch ins Handy. Mann, ich vergesse mal, ich drücke mal die falsche Taste. Creech. Oh, das haben wir. Er hat ein Gefährt. Er hat ein Gefährt. Oh mein Gott. Er hat ein Pferd. Er hat ein Pferd. Ein Gehpferd. Something wicked this way comes. Ich bin drauf. Ich bin drauf. Der Zombie fast auch. Wir sind alle drauf. Ja, wir sind drauf. Da sind wir drauf. Und wir verabschieden uns für die Episode. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.